Okay, Leute, es geht weiter. So, getötet. Einmal. Dreimal. Hey! Beim ersten Versuch. Beim dritten Versuch. Mein dünner Spieß! Den Dünner hab ich gerettet. Jetzt fällt er wieder vom Himmel ab, ob er Gott wäre, aber obwohl er ein Kaläppner ist. Den Dünner. Heldenhafte Musik. Jetzt kommen wir zu der dritten Welt, glaube ich. Oh, großartig! Fantastisch! Ich habe meine alte Gestalt zurück. Tausend Dank. Hier ist ein Brief. Von der Prinzessin. Okay. Und was steht im Brief? Sag mal. Sag mal. Sag mal. Der weiße Block enthält magische Kräfte, die dir helfen werden, deine Gegner zu beswegen. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird. Prinzessin. Anbei. Prinzessin Todstuhl. Hey! Welt 2 komplett. Ja. Speichern. Welt 3, Leute! Okay. Wir machen mal so. Und gucken uns mal die Welt an. Ach, du heilige Kacke. Ach, du heilige Kacke. Verdammt! Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Oktopussis überall. Und komische Pflanze, die irgendwas runterspuckt. Ich will die Blume haben. Lass mich in Ruhe. Okay. Das habe ich jetzt schon getötet. Töten wir alles mal, was in unsere Quere kommt. Habe ich es geschafft? Hey! Geschafft! Denn. Yeah. Dankeschön. Dankeschön. Weiter, 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 weiter. Bisher ist das alles simpel. Let's go. Ach, du Kacke. Ach, du heilige Kacke. Den, 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 den. Zum Glück habe ich Feuer. Die Menschheit ist das beste Erfindung. Ich bring euch So schnell Ach du Kacke Wie soll ich wieder hochkommen Hä Achso so Okay so muss ich wieder hochkommen Triffst mich sowieso nicht Okay komm komm Triffst mich sowieso nicht Bitte sei das Ziel da Hab ich es geschafft Ja Boah ich dachte ich sterbe jetzt wieder Okay Die Level sind eigentlich sehr kurz Finde ich Das finde ich auch toll Entschuldigung jetzt mal ein Item Was ich vielleicht gebrauchen könnte Achja den Frosch gab es ja auch noch Und ich habe eine Wolke erhalten Okay Die dritte Welt Was zur Hölle Verdammt Was ist das aber ein ekliger Bastard Egal Egal wir probieren mal Einen von diesen neuen Items aus Die wir bekommen haben Was heißt das jetzt Was kann ich jetzt rumfliegen Oder was Hä Hä Ich verstehe es nicht Ich verstehe es komplett nicht Was hat mir diese Wolke jetzt gebracht Oh komm Ich habe Ich will ja nichts sagen Gegen Chinesen Aber der Fisch sieht echt Chinesisch aus Du ekliger Bastard Was ist los mit dir Warte mal Ich habe einen Frosch Den werde ich mal benutzen Okay Frosch Mario So Das ist irgendwie langsamer Aber egal So So Oh Du ekliger Bastard Ich hasse den dreckigen Fisch Ich hasse den dreckigen Fisch Komm Ich hasse den dreckigen Fisch Ich will doch diese Welt hier komplett machen Verdammt Ich weiß gar nicht wie viele Welten es gibt So Ey das ist so ein Bisch Och Leute Mein Blutdruck Okay komm Komm Jetzt sehen wir mal Ob das klappt Komm her Komm her du dreckiger Fisch Ach Pech gehabt Jetzt habe ich endlich meine Ruhe Hoffe ich mal Nein Ich habe Mir fällt kein Wort dafür ein Außer fick dich ins Knie Ach komm nochmal Ich habe keinen Bock das zu schneiden Ich will ja nicht ganz ehrlich rumfällen Aber Aber ich wette Final Messenger hat auch hier Probleme gehabt Ich wette es Wenn nicht Dann hat er ein Problem mit mir Okay Einen Pilz bekommen Okay Fisch getötet Wo kam der nächste dreckige Fisch von euch Ich wusste es doch Dass er irgendwann kommt Willst du mich ver- Oh So ein dreckiger Bastard Komm So viel Zeit habe ich hier Ich verschwende hier so viel Zeit Leute Ich habe eine Idee Ich nehme diesen Körper mal Und töte mich damit selbst Weil ich keine Hobbys habe Weil ich Ach komm Den töte ich jetzt mal Bei ihm lasse ich mal jetzt meine Wut raus Wieso sterbe ich Komm Fortsetzen Komm Ich brauche ein Item Ich brauche ein Item Frosch Okay Obwohl ich das nicht so gebrochen könnte Aber egal Frosch Den töten wir jetzt mal Tot Och Und einen Hammer bekommen Den ich sowieso nicht benutzen kann Okay Sehr sehr gut Okay Ich bin groß Und ich kann den Fisch jetzt töten Denke ich mir Drei besiegen So ein dreckiger Fisch So ein dreckiger Dreckiger Fisch Okay Hier bekomme ich Einen Pilz Der Der Ey Wie viel Verbringe ich hier eigentlich schon Wartet Wartet Ach du heilige Kacke Ich hätte das Okay Ich will das in diesem Part schaffen Ich habe keinen Bock jetzt Der Drecks Chinesen Fisch hier Er kann mich mal Er hat den Pilz gefressen Der Drecks Bastard Hat meinen Pilz gefressen Wieso kannst du diesen Bastard nicht töten Ach man Ach man komm so 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 Du kannst mich mal Hättest du wohl gern Oh das war knapp Haha Du mit dem dicken Fetten Zahn Vor deinem Gesicht Du kannst mich mal Und weg mit dir So ein fetter So ein fetter Bastard Mich in so einem dicken Hasen Zahn Vor seinem fetten Mund Ach komm Okay das muss ich schaffen Das muss ich schaffen Okay Was der Hölle ist Das denn Okay Die Lichter können mich töten Anscheinend Ähm Ja Ich habe keine Ahnung Ähm Komm ich jetzt wieder da Ah ich wusste es doch Okay da ist also nicht der Weg Den ich jetzt gehen muss Du dreckiger Ähm Hier rein Ähm Ich weiß nicht welchen Weg Ich einschlagen soll Aber Kompliziert Kompliziert Ich gehe mal den Weg Da komme ich hier hin Okay Ich habe den Pilz Ich hätte gern den Pilz Aber anscheinend Hat er keinen Bock auf mich Achso Ich muss die Tür finden Die da hinführt Okay Okay die erste Tür war es nicht Das wissen wir schon Die erste Tür nicht Vielleicht die zweite Die auch nicht Okay Aber warte Jetzt hole ich mir Diesen verdammten Pilz Komm Komm Er kann Er kann nicht verschwinden Er muss zurückkommen Er kann nicht Ich wusste es doch Das Wasserlevel Ach das ist so Eklige Scheiße Egal Komm Die zweite Tür ist auch nicht Die dritte Habe ich schon ausprobiert Oder nicht Ich weiß es nicht mehr Ich probiere es einfach aus Ich habe sowieso nichts zu verlieren Und so Und so Beeil dich Beeil dich Die dritte auch nicht In diesem Part will ich diese dritte Welt auch noch fertig bekommen Komm jetzt Okay Die vierte Tür ist auch nicht Das weiß ich schon Da bleibt die fünfte Das ist die Tür Okay Dann ist noch die Tür übrig Warte Muss ich eigentlich die Türen benutzen Das weiß ich Hä Hä Okay ich verstehe es nicht mehr Eine von denen führt es mich zum Gegner Okay Vielleicht die hier Okay Okay Die Tür nicht Da bleibt noch eine Tür übrig Die ich jetzt noch weiß Okay komm Ach leck mich Wieso bin ich da Oh So eine Kacke So eine verdammte Kacke Komm jetzt Ach du Scheiße Mach mir keinen Druck Verdammt Okay die Tür war es nicht Dann muss es die Tür sein Hä Willst du mich verarschen Welche von den verfickten Türen ist das denn Die dritte war es nicht Okay diese Reihe haben wir schon Ach komm Warte wie viele Minuten hab ich Okay ich wende kurz in vorseitig diesen Part Und wir sehen uns im nächsten Part Tschüss